Die jüngste und einer der erfolgreichsten österreichischen Tennis-Spielerinnen in der U12, die Anna Bircher aus Landegg. Anna, du stehst heute das erste Mal vor der Kamera. Danke mal, dass ich da sein darf, ja. Anna, du spielst schon seit du viereinhalb Jahre alt bist. Ja. Und dein Trainer ist? Der Hannes und meine Mama. Und du möchtest einmal Profi werden? Ja, sehr gerne sogar. Und wer ist dein Vorbild? Ich habe keinen, sie möchte selber sein. Das findet man ganz gut. Anna, wie ich sehe, hast du ja schon einen Sponsor. Ja, im Donisch-Bossengarten und Stockhammer. Ja, das schaut ja ganz gut aus, weil beim Tennis braucht man viel Geld und da muss man überall hinfahren. Wo bist du schon überall gewesen beim Tennis? Mein erstes internationales Turnier war in Nizza. In Südfrankreich, ja ganz toll. Und wie ist er da gelaufen? Da habe ich die erste Runde gewonnen, aber nachher leider ausgeschieden. Und wer ist denn deine stärkste Gegnerin in Österreich? Die Dacca Lilli. Hast du gegen dich schon einmal gewonnen? Nein, im Dreisatz jetzt verloren. Und das heißt, noch mehr trainieren? Mhm. Das ist das nächste Mal Schlag. Sehr gut. Anna, dann wünschen wir dir viel Erfolg für das Jahr 2020. Und dann fest trainieren mit Hannes und mit der Mama, damit die Dacca schlackst beim nächsten Spiel. Alles Gute. Danke. 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 Danke.